Bits und so kommt heute mit freundlichen Unterstützung von Jimdo. Geht mal auf de.jimdo.com slash Bits und so. Alternativ auf jimdo.com slash de slash Bits und so geht auch. Dann habt ihr dort eine Übersicht, was es dort gibt. Ihr könnt den Gutscheincode Bits und so verwenden für 20% Rabatt auf eure neue Website. Ihr könnt oben mal klicken auf Inspiration und Preise. Inspiration ist eine Übersicht von Seiten, die andere Jimdo Kunden schon gemacht haben. Könnt ihr euch mal durchschauen, was mit diesen Vorlagen geht. Die sind teilweise recht bildlastig. Könnt ihr dort eure Fotos reinschmeißen, dann sind die direkt responsiv und hübsch anzuschauen. Ihr könnt euch anschauen, was sie sonst noch haben. Online-Shop kann man machen. Man kann Domains registrieren. Man kann auch dort sagen, ich brauche ein neues Logo für ein Projekt. Einfach ein Logo, das sich dort automatisch generiert. Dann sieht das nach was aus. Da könnt ihr sagen, was da für einen Text rein soll. Farbpalette auswählen und fertig. Ihr könnt euch die Preise anschauen, was es für Pakete gibt und dort einfach mal gucken, welche Preisstufen es gibt für die verschiedenen Pakete. Ich habe letztes Mal, als wir darüber geredet haben, währenddessen mich an das Logo meines Gärtners erinnert, das besonders war. Ich habe einfach mal seinen Namen und Gärtnerei-Keywords in diesen Logo-Generator reingeworfen. Das ist echt nett. Da kommt halt was raus, das kann man tatsächlich benutzen. Da war ich echt überrascht. Pakete und Preise für die Website geht von 0 Euro bis 39 Euro im Monat. Für einen Online-Shop geht es von 15 bis 39 Euro im Monat. 20% Rabatt mit unserem Codebitz und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jimno.